Da kommen Sie automatisch drauf und da haben Sie dann alle Informationen, die Sie zur Reise brauchen. Das System wird jetzt auch gerade nochmal erweitert. Wer unbedingt möchte, kann da auch seine Bordrechnung zwischendurch angucken, aber man muss mal ja nicht. Aber gibt es dann auch zukünftig eine Chatfunktion, dass ich eben mit Reisen befinde oder dass man noch keine Community gründen kann von Interessensgruppen, wer kommt mit auf den Ausflug oder was auch immer. Also das System entwickelt sich ständig weiter und da sind wir eigentlich auch relativ weit vorne mit AIDA, was solche Techniken angeht, auf Schiffen weltweit. Ebenfalls abrufbar über dieses Portal ist der iKiosk. Ich weiß nicht, wer weiß es von Ihnen? Was ist es? Es ist ein digitaler Kiosk und da haben unsere Gäste die Möglichkeit, sich in der Tagszeitung oder die Post oder die Magazine, die Sie gerne lesen, auch im Urlaub, für fast den Kioskpreis runterzuladen. Also die Voraussetzung machen, Tablet, PC oder ein iPhone. Ich bin jetzt in keinem Meinung, wie heißt es denn, Smartphones, Notebooks. Also alles, was so internetfähig ist, kann eben diesen Wortkreis als iPhone runterladen und wird ganz dick in Anspruch.